Mein Name ist Fritz Leichtfried. Ich bin Taktiker und Sprengermeister und führe des Unternehmens seit 2014 in dritter Generation. Meine Großeltern haben in den 60er Jahren den Grundstein gelegt für die Taktikerei und Sprengerei. Jetzt haben wir bereits eine starke Mannschaft von 20 Mitarbeitern. Unser Kerngeschäft sind Sanierungen und Dachumdeckungen im privaten Wohnbau sowie das Abdichten von größeren Flachdächern im Industriebereich. Zusätzlich zur Taktikerei und Sprengerei haben wir in den letzten zehn Jahren den Bereich Zämmerei und Holzbau nur ausgebaut. Dachstühle, Wirtschaftsgebäude und Neubauten in und aus Holz sind zu einem wichtigen Standbein unseres Betriebs geworden. Unsere Kunden schätzen vor allem, dass bei uns alles aus einer Hand kommt, quasi ein Ansprechpartner, eine Firma für sämtliche Gewerke. Die Arbeit macht uns eine Freude, wenn man mit den eigenen Händen und mit eigener Kraft etwas schafft und am Ende des Tages das Ergebnis sieht. Im Endeffekt wünscht sich jeder Bauherr ein sicheres Dach über dem Kopf, wie sich es daheim schön machen und wohlfühlen. Und da leisten wir mit unserer Mannschaft schon einen super Beitrag dazu. und da machen, wenn man mit der Frauen wegpr, singt nicht dir Lüge in Estcraft Emmais. In der Stadt der Rückstart wir heuteć powdered. Und dann können wir jetzt keine dragung und hohe G Eigenschaften, kurz pouvoir Sherman das quarterly an Sunord weekend después. Setzt gehen Sie an aus. Vielen Dank.